Guten Morgen! Nach Darmstadt. Seid ihr gut drauf? Hast du was gehört? Ich hab nichts gehört. Seid ihr gut drauf? Wir steigern das jetzt so langsam im Laufe des Tages so ein bisschen, aber es war schon ein ganz guter Anfang. Wie viele von euch haben eben Mike Tyson gesehen? So ziemlich jeder. Und wie viele fanden ihn ziemlich geil? So ein ganz bodenständiger, gesettelter Typ irgendwie mittlerweile. Also ich fand es sehr, sehr witzig und irgendwie so erfrischend ehrlich, oder? Fand ich sehr, sehr cool. Schön, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr auch hier auf den Entrepreneur Campus gekommen seid. Und ich habe dieses Wort so lange geübt. Entrepreneur Campus auf der Entrepreneur University. Herzlich Willkommen. Wir haben hier auf dieser Bühne heute ganz geile Speaker, die aus komplett unterschiedlichen Bereichen auch kommen. Und die euch für euer Entrepreneurial Mindset, das war das schwerste Wort des Tages, extrem weiterhelfen werden. Und ich freue mich wahnsinnig auf die Inhalte, die kommen werden, weil ihr werdet nicht nur ganz viele Tipps und Tricks und geheimen Werkzeuge bekommen, sondern auch eine ganz klare Struktur für euch selber. Was könnt ihr denn in eurem Business in der Zukunft anwenden? Und vor allem, wie setzt ihr das auch um? Mit Leichtigkeit und Spaß, unverkrampft und ohne Ellbogen und Kämpfen, sondern einfach mit dieser lockig, flockigen Leichtigkeit, die dieses ganze Entrepreneurial Business Style, Startup, whatever, halt so mit sich bringt. Diese ganze Culture. So, das waren jetzt genug Anglizismen für heute. Und ja, letzten Endes, damit euer Business wächst. Damit ihr mehr Umsätze generiert, mehr Kunden erreicht und erfolgreicher werdet in dem, was ihr tut. Wie viele möchten gerne erfolgreicher werden? Das finde ich großartig. Dann lasst uns so ein bisschen mal heute hier kennenlernen. Ich möchte immer gern so ein bisschen so die Crowd, mal wissen, wer ihr so seid. Und wie viele waren schon mal auf so einem Seminar, auf so einem Workshop? Ja, super. Man macht ja gerne so Vorstellungsrunden. Ich würde sagen, jeder sagt kurz einen Satz für sich. Ich fange hier vorne an. Kurze Panik in den Augen. Wir machen das einfach alle zusammen. Bitte einmal alle auf drei euren Vornamen nach vorne. Okay? Eins, zwei, drei. Kerim. Das ist schön. Jetzt kennen wir uns alle mal euren Wohnort, dass wir so ein bisschen wissen, wo ihr herkommt. Eins, zwei, drei. Eure EC-Karten-Pin. Eins, zwei, drei. Einer ist immer dabei. Wer hat mitgeschrieben? Super. Ich habe da aber ganz geile Orte raus gehört und ich glaube, das war ziemlich weit weg. Ich möchte das gern mal so testen, wie weit ihr so hergekommen seid. Tut mir doch mal einen gefallen. Steht einmal alle auf, bitte. Einmal alle aufstehen. Ja, das ist der Raum, wo der Moderator immer will, dass ihr euch bewegt. Das tut mir leid, aber das machen wir den ganzen Tag. So, jetzt mal bitte alle hinsetzen, deren Anreise kürzer war als 100 Kilometer. Alle hinsetzen, deren Anreise kürzer als 200 Kilometer war. 300 Kilometer. Jetzt dünnt sie schon aus. Weniger als 400. Weniger als 500. Weniger als 600. Weniger als 700 Kilometer. Stehen immer noch einige. Weniger als 800. Okay, wir fragen mal, wie weit war eure Anreise, die Dame? Ungefähr in Kilometern. Ich habe in Geografie nie aufgepasst in der Schule. 830 Kilometer ist die Schweiz weg. Du? Wo kommst du her? Aus Malta. Könnt ihr das toppen, Jungs? Wie heißt du? Ich habe es nicht verstanden. Ein Riesenapplaus für Dennis. Aus Malta extra gekommen hier. Und Robert und seine Awesome People Conference, Jungs, wo seid ihr hergekommen heute? Aus Bali. Ein Riesenapplaus für die Awesome People Conference Crowd. Extra aus Bali. Vielen, vielen Dank. Setzt euch. Das ist mal ein Satz hier, um dabei zu sein und sein Mindset aufzufrischen, was zu lernen. Schön, dass du da bist, Dom. Ist ein bisschen spät, aber immerhin noch rechtzeitig. Und jetzt haben wir auch genug Spaß gehabt zusammen. Ihr wartet ja auf den ersten Speaker. Von daher möchte ich ihn euch gar nicht so lange vorenthalten. Ich kannte ihn bis vor zwei Wochen überhaupt nicht. Und über eine Freundin von mir habe ich extrem viel von ihm gehört. Die haben gesagt, der Felix, der Felix, das ist so ein geiler Typ und der ist so Hammer. Und der weiß so viel und der hilft mir so viel. Und so wie ich ihn danach kennengelernt habe, wir haben uns mal connected, auf Instagram ein bisschen geschrieben, ist er so ein mega offener Typ, der wirklich Spaß daran hat, anderen zu helfen. Und das ist auch sein Job als Gründercoach. Er hat vier Jahre lang bei die Höhle der Löwen alle Founder fit gemacht. Im Hintergrund gecoacht, dass sie einen geilen Pitch abliefern und eben auch den Deal bekommen bei der Fernsehsage. Wie viele kennen das, die Höhle der Löwen? Schon mal gesehen? Das ist gut. Dann haben wir schon mal eine gemeinsame Baseline. Und er selber hat 23 Unternehmen gegründet. Das erste mit 15 Jahren. Er hat mir gestern Abend bei einem Glas Wein erzählt, dass er da Horoskope verkauft hat. Ich weiß nicht, ob er wollte, dass ich das erzähle, aber ich mache es jetzt einfach. Außerdem hat er betont, dass ich unbedingt erwähnen soll, dass er aktuell Single ist. Und Nutella über alles liebt. Und Janne. Ich finde mich auch super. Danke. Ein Riesenapplaus bitte für Felix Tönnesen. Sehr gut. Wow, Wahnsinn. Also wenn man so einen Moderator hat, dann braucht man keine Feinde mehr. Danke, Kering. Astrain. Sehr cool. Ich freue mich erstmal total, dass ihr alle hier seid. Es sind so viele geile Stages gleichzeitig. Deswegen macht mich das total stolz, dass ihr jetzt hier gerade bei meinem Vortrag seid. Ich habe mit dem Kering gestern Abend noch etwas länger zusammengesessen. Vielleicht hat der eine oder andere gestern auch ein bisschen noch was getrunken, ein bisschen gefeiert. Meine Stimme ist ein bisschen heiser davon. Aber ich glaube, wir werden heute hier eine sehr, sehr geile Bühne haben und wirklich ein geiles Programm machen. Ich habe mir aber für den Anfang ein bisschen was anderes überlegt, weil gestern ist was ganz Ungewöhnliches passiert. Ich habe gestern mit so vielen Leuten hier Gespräche geführt, mit total unterschiedlichen Leuten, die im Online-Marketing was machen wollen, die Apps entwickelt haben, die Dienstleistungen machen oder sonst irgendwas aufbauen. Und dann habe ich mit jemandem draußen gesprochen, der mir erzählt hat, hey Felix, mein größter Traum ist, ich will mal Speaker werden. Und dann habe ich gefragt, ja und wie sieht es denn mit Vorträgen aus? Und dann hat der Jan mir erzählt, ja mit Vorträgen, ich habe jetzt bald meinen ersten in der Schule. Und dann habe ich gesagt, boah, das ist doch geil irgendwie. Man hat richtig gemerkt, wie der für seine Idee brennt. Wie viel Bock der hat, Speaker zu werden. Und für mich war das so ein bisschen, wenn ich das so sagen darf, ich meine, ich werde jetzt 38 und der Jan ist ein paar Jahre jünger als ich, war das so ein bisschen wie, als würde ich gerade mit meinem kleinen eigenen Ich sprechen. Genau das, was wir gerade auf der Bühne mit Mike Tyson hatten. Und ich hatte das Gefühl, ey, das ist cool, da ist jemand, der brennt so sehr für seine Idee und will Speaker werden. Als ich 20 war, habe ich so gedacht, okay, ich will feiern irgendwie. Also da hatte ich kein Ziel. Und dann habe ich mir überlegt, ich habe 40 Minuten heute Zeit, um euch coole Sachen zu erzählen und das wird geil. Aber ich habe mir überlegt, kann ich nicht vor meinen 40 Minuten 5 Minuten verschenken? 5 Minuten verschenken an jemanden, der extra hingekommen ist, ein ganzes Wochenende hier verbringt, um sich das anzuschauen und Speaker zu werden. Und dann habe ich mir überlegt, der Jan kriegt von mir 5 Minuten. Weil das fand ich gestern so geil, als der Tobi das ganz am Anfang gesagt hat. Genau darum geht es. Ey, du musst Leuten die Chance geben, ihre eigenen Dinge aufzubauen. Und wenn du dann die Chance hast, vor so einem geilen Publikum wie euch mal 5 Minuten zu reden, dann bringt dich das in der Karriere einfach 500 Schritte weiter nach vorne. Und für mich ist es überhaupt gar kein Nachteil. Deswegen ein riesengroßer Applaus. 5 Minuten. Jan auf der Bühne für euch. Ja, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Schön, dass ihr alle da seid. Ich wollte euch mal kurz eine Frage stellen. Wie viele von euch lieben es denn, auf so Seminare zu gehen und das Feeling mitzunehmen? Mega, mega geil. Um ein bisschen Lockerheit am Anfang reinzubringen, wünsche ich euch allen einen wunderschönen guten Tag. Und gebt mal bitte deinem Sitznachbarn ein kräftiges High-Five und sagt, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Und von mir natürlich auch ein herzliches Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Und dass du einfach dich weiterbildest dafür, für dein Wissen, für alles, was du rausgeben kannst. Weil das Beste, was du machen kannst, nach solchen Tagen rauszugehen und es anderen Leuten weiterzugeben. Gib es an Jugendliche, gib es an der Verwandten weiter. Hauptsache, du tust deine Resultate für dich sprechen lassen. Ich möchte heute mit dir ein kleines Thema besprechen. Und zwar ist es ein Thema, mit dem ich mich vor einem Jahr beschäftigt habe. Und das ist das Thema Umfeld. Wie viele von euch kennen das Gefühl, wenn du auf einmal dein komplettes Umfeld wechseln musst, weil du weißt, es läuft was schief? Und ich möchte dir heute meine drei Tipps an den Tag legen, wie ich es gepackt habe, wirklich mein komplettes Umfeld zu wechseln und da rauszukommen und was komplett Neues zu machen. Einfach damit du daraus vielleicht auch was lernen kannst, was mitnehmen kannst. Und da ist der erste Tipp einfach, geh zu Seminaren. Genau das, was ihr hier macht, ist genau das Richtige, um groß zu werden, um zu wachsen. Das ist perfekt, was ihr hier macht. Weil ihr lernt hier Leute kennen, die sich für das interessieren, was du vorhast. Die wirklich Bock haben, dich zu unterstützen und wo du dich einfach austauschen kannst. Du lernst hier Leute kennen, die dein Leben einfach auf geben und nehmen. Du brauchst hier nichts bezahlen. Du überzeugst einfach nur und erzählst Leuten von deiner Idee und die helfen dir. Ist das nicht Wahnsinn in der heutigen Zeit? Das ist so unfassbar, finde ich. Und deswegen geh einfach auf Seminare, verbinde dich mit Leuten und gib einfach. Dann irgendwann kannst du wieder nehmen. Das ist so unglaublich. Dankeschön. Der zweite Punkt, den ich dir an den Tag legen möchte, ist Glaubenssätze. Wie viele von euch haben positive Glaubenssätze? Oh, sehr schön, Brüder um Geiste. Mein Glaubenssatz, den ich mir jeden Morgen bei einer einminütigen kalten Morgenroutinen-Dusche sage, ist, ich ziehe nette, reiche, wohlhabende und erfolgreiche Menschen in mein Leben. Ich bin gesund, glücklich, reich, erfolgreich und gelassen. Du kannst mit deinen Glaubenssätzen so viel in deinem Leben beeinflussen, das ist Wahnsinn. Weil viele Leute sagen immer, es ist so schwierig, sein Umfeld zu ändern, es ist so schwierig, in eine neue Kiste reinzukommen, wo einfach viel möglich ist. Ja, es tut am Anfang mal weh, es sind zwei, drei Wochen, wo das wirklich schmerzhaft ist, aber wenn du zu solchen Seminaren gehst und Leute kennenlernst, dann baust du zudem eine Bindung auf und dann fällt dir das viel leichter. Und mit Glaubenssätzen kannst du das einfach viel besser stärken. Du kannst dir sagen, dass du wirklich diese tollen, erfolgreichen, netten, hilfsbereiten Menschen in dein Leben ziehst. Und es funktioniert wirklich. Wie gesagt, ich habe vor einem Jahr, habe ich meinen Freundeskreis konkret geswitcht. Ich habe mit Glaubenssätzen gearbeitet, ich bin zu Seminaren gegangen und jetzt möchte ich dir noch den dritten Punkt sagen. Der dritte Punkt ist, believe in yourself. Vertraue auf dein inneres Verlangen. Dieses Feuer, was in deinen Augen brodelt, das lässt dich von nichts aufhalten. Es gibt natürlich diese Leute, die sagen, das klappt niemals, was du vorhast. Lass das doch bleiben. Bleib in deiner Box drin, bleib doch hier in unserem kleinen Dorf, was willst du denn da raus in die Welt, das ist doch schön hier. Wenn dein inneres Verlangen riesig ist, riesengroß ist, dann kannst du es packen, das größte Business aufzubauen, was du haben willst. Es muss nicht unbedingt ein Business sein, es kann deine innere Erfüllung sein. Es kann Selbstliebe sein, es kann Akzeptanz sein. Du kannst von einer kleinen, schüchternen Person zu etwas Großem werden. Grow to the Eagle. Werde zum Adler. Sei frei und lebe dein höchstes Potenzial. Deswegen glaub an deine innere Stärke und lass dich von niemandem klein machen. Ich muss mir so oft anhören. Das wird niemals funktionieren, was du vorhast. Und heute stehe ich vor euch tollen Menschen hier und darf das erste Mal vor Leuten sprechen. Das ist Wahnsinn. Deswegen, es funktioniert für euch auch. Und wenn ich das mit meinen 20 Jahren kann, mit einem schlechten Realschulabschluss, weil ganz ehrlich, klar, Abitur ist schön, Studium ist auch super, aber wenn ihr nicht der Typ dafür seid, ihr braucht es nicht. Ihr könnt so erfolgreich werden. Glaubt an eure innere Kraft und lasst euch niemals klein machen. Lasst euch niemals klein machen. Believe in yourself. Dankeschön. Ja, geil, oder? Also ich finde, das ist genau der Punkt, mit 20 Jahren hier zu stehen. Ich habe gedacht, du hättest jetzt 500 Kärtchen dabei. Ich hätte hier so gestanden wahrscheinlich. Und du stehst hier wie die Ruhe selbst. Jetzt muss ich das ja noch irgendwie toppen, Scheiße. Naja, okay, also was werde ich euch erzählen? Ich werde euch einfach von vielen Erfahrungen, viele Geschichten erzählen, von vielen Startups, die ich begleitet habe, viele Gründungen, die ich begleiten durfte, aus den unterschiedlichsten Bereichen. Und was ich ganz wichtig finde, was daran super ansetzt, ist, heute sagst du ja ganz cool, hey, ich bin ein Startup-Coach. Früher hieß das Gründungsberatung. Ich habe nichts mehr beraten in meinem Leben als Friseure, Kosmetikstudios. Ich habe acht Dönerläden aufgemacht. Also ich kenne mich mit Döner, dem Fleisch, der Zusammensetzung, den Soßen wahrscheinlich besser aus als jeder andere hier im Raum. Aber das ist super, weil das hilft einem insgeheim total dabei, neue Informationen aufzubauen. Das erste Beispiel, mit dem ich mit euch anfangen würde, ich liebe es einfach, das ist mein absolutes Lieblingsprodukt. Es ist hier jeder über 18, ja, sonst Ohren zu halten. Wir hatten zwei Jungs bei der Hütte der Löwen, die gesagt haben, hey, wir machen ein Produkt und was können wir machen? Wir machen Kondome. Und ich bleibe mal bei dem, was der Jan gerade gesagt hat, das würden alle Leute sagen, Kondome gibt es doch schon. Gibt es schon. Schuhe gibt es schon, brauchst du auch nicht mehr machen. Hose gibt es schon, Hose brauchst du auch nicht mehr machen. Du musst nur noch was machen, was es noch nicht gibt. Das ist doch Schwachsinn. 99 Prozent aller Ideen gibt es schon. Und das ist völlig in Ordnung. Und die Jungs sind hingegangen und haben gesagt, wir machen Kondome, haben relativ lange überlegt, wie können wir denn die Kondome nennen. Und haben dann gesagt, wir nennen die Kondome Einhorn. Einhorn. Wahrscheinlich, weil Einhörner so modern sind. Und sind hingegangen und haben gesagt, was ist denn das Problem mit Kondomen im 21. Jahrhundert? Da hatte ich in Köln bei Gedanken tanken den Vortrag, da riefst du in Köln da rein und riefst so rein, dass man sie benutzen muss. Ja. Das ist immer geil, wenn du so jemanden hast, der dann lustiger ist als du selber auf der Bühne. Das ist immer super. Und was haben die Jungs gemacht? Was passiert, wenn wir Kondome kaufen? Egal ob Mann oder Frau. Wir kaufen Kondome beim DM, beim Müller, beim Rossmann. Wir kaufen die Kondome, wir legen die auf das Kassenband. Und wir kaufen noch 30 andere Sachen, die wir da drauflegen. Weil unten die Sachen werden nicht gescannt. Passiert auf keinen Fall. Und die Jungs sind hingegangen und haben gesagt, wir machen bewusst andere Verpackungen. Wir differenzieren unser Produkt nur über ein einziges Merkmal, über das Marketing. Wie wir das vermarkten. Die haben in Berlin Leute mit Gaffa-Tape. Das ist so ein ganz festes Klebeband. An Stromkästen, vertikal festgeklebt. Für was? Aber die Leute sind da vorbeigelaufen und haben gesagt, warum sind sie hier dran geklebt? Einhorn, Einhornkondome, das ist mega geil. Und das hat sich viral total verbreitet. Wahnsinn. Und dann haben die eine andere Sache gemacht. Und haben hinten, jetzt müsst ihr einmal mit Mathe und mit Bio so ein bisschen mitrechnen. In einer Verpackung sind sieben Kondome. Übrigens kleine Zwischeninfo, weil ich bin ja so ein langweiliger BWLer. Kleine Zwischeninfo. Der durchschnittliche Kondom-Nutzer braucht 49 Kondome pro Jahr. Könnt ihr mal rechnen bei euch? Na, scheiße. Läuft nicht mehr. Also, sieben Kondome sind in einer Verpackung. Was stand hinten auf dieser Kondom-Verpackung drauf? Für bis zu 21 Orgasmen. Wie viele sind von euch Studenten und müssen sparen? Also, ihr wisst vielleicht noch, ein Kondom darf man leider nur einmal benutzen. Aber, was ist passiert, um der ganzen Geschichte mal eine Ernsthaftigkeit zu geben? Die Jungs sind verklagt worden von einem der größten Kondomhersteller in Europa. Jetzt könnte ich erzählen, hey geil, die sind verklagt worden. War doch super. Wer schon mal verklagt worden ist oder Post vom Anwalt gekriegt hat, die schicken ja nicht eine Seite. Die schicken 50 Seiten und am Ende steht irgendwas da und sie 120 Milliarden Euro, sonst kommen sie ins Gefängnis. Wenn du das kriegst als Startup, als Gründer, du hast gerade angefangen und kriegst so einen Brief, dann machst du entweder was richtig oder du hast einfach keinen Bock mehr. Weil normalerweise müsstest du ja eigentlich sagen, hey, das ist doch scheiße, wer hat denn Bock auf sowas? Egal, wie motiviert du bist, das ist ja ein richtiger Schlag in die Fresse. Und was haben die Jungs gemacht? Die haben da gesessen und haben ganz lange überlegt, wie gehen wir jetzt mit dieser Situation um? Und dann haben die gesagt, was steht denn genau auf der Verpackung drauf? Sieben Kondome für bis zu 21 Orgasmen. Wer spricht denn von männlichen Orgasmen? Hat denn die Frau, das ist so ein Alice-Schwarzer-Moment, hat denn die Frau, jetzt hole ich mir gerade die Punkte von den Ladies, im 21. Jahrhundert nicht das Recht am multiplen Orgasmus? Ja, oder? Und die Männer klatschen. Geil. Und um das zu unterstreichen, wir organisieren eine Demonstration. Eine Demonstration vor dem Brandenburger Tor. Wir besorgen uns 500 Frauen, bewaffnen die mit Schildern und lassen die für das Recht der Frau am multiplen Orgasmus demonstrieren. Und das schlachten wir Social Media mäßig so dermaßen aus, dass jeder nachher sagt, was sind das denn für geile Leute? Kleine Seitenanekdote, das wurde verhandelt vor dem Landgericht bei mir in Düsseldorf. Wer schon mal im Gericht war, auch geil, da gibt es so Metalldetektoren, wo man so durchlaufen muss. Und die haben versucht, mit zwei so riesigen aufblasbaren Penissen in dieses Gericht reinzukommen. Der Richter fand das logischerweise nicht so cool. Die haben auch leider verloren. Deswegen, wie ihr das hier an der Verpackung seht, ich schmeiß die einfach mal in den Raum. Die kommt in der Regel eh nicht mehr zurück. Ist da hinten drauf genau dieser Zusatz durchgestrichen. Auch geiler Job, bei 50.000 Kondomverpackungen hinten diesen Hinweis durchzustreichen. Macht auch Spaß. Was kann ich daraus lernen? Zwei Dinge. Zwei Dinge. Sehr gut, Felix. Zwei Dinge. Erstens, ich brauche nicht immer ein anderes Produkt. Ich brauche nur eine andere Art von Vermarktung, von Vertrieb oder von Marketing. Und dann kann ich damit erfolgreich sein. Zweitens, es wird immer, wenn ich ein Startup gründe, Rückschläge geben, Situationen geben, wo mich andere verklagen, nicht unterstützen oder sonst irgendwas machen. Und es ist meine Aufgabe, damit umzugehen. Rückwirkend war das für die Jungs die absolute Rakete. Der Rückschlag war das, was die erfolgreich und groß gemacht hat. Und das finde ich, kann man super daraus lernen. Okay. Gut. Die Folie, wer ich bin, lassen wir mal weg. Ich habe extra für euch eine total geile Animation gebaut. Ich mache es nochmal. Ja, also wer das mit PowerPoint kann, das ist ein richtiger Skill. Wer von euch ist bei Tinder? Oh, das ist ein ehrliches Publikum. Fünf. Fünf Leute. Geil. In Deutschland sind drei Millionen Leute bei Tinder. Da diese Leute zum größten Teil aus eurer Altersklasse kommen, sind hier bestimmt mehr als fünf bei Tinder. Aber es ist egal, ihr müsst nicht aufzeigen. Alles in Ordnung. Da dann Tinder keiner kennt, will ich euch ganz kurz erklären, was Tinder ist. Tinder ist eine App, da kann ich auf eine relativ tiefgründige Art und Weise, lachen verrät jetzt, lacht nicht zu laut, kann auf eine relativ tiefgründige Art und Weise Menschen kennenlernen. Indem ich einfach dort sitze, ein Foto sehe und dann entscheiden kann, ich wische die Person nach links oder ich wische diese Person nach rechts. Stellt euch mal folgende Situation vor. Ein Freund von mir hat mir das erzählt, dass er Tinder benutzt und dass er immer regelmäßig auf der Couch sitzt und dann so am Swipen ist. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. So, jetzt passiert folgendes. Stellt euch mal vor, wir haben kurz vor zwölf Darmstadt, so ein bisschen Romantik brauche ich jetzt mal. Ihr bekommt dieses Bild angezeigt von dieser jungen Dame, Alison. Ich habe bewusst jemanden ausgewählt, wo ich gesagt habe, die finden Männer ganz süß, heiß. Frauen würden sagen, ach, die sieht nett und natürlich aus. Das ist echt schwierig, sowas zu finden, wo beide Geschlechter mit klarkommen. Naja, und jetzt passiert folgendes. Ich bekomme diese Alison angezeigt und swipe die Alison nach links, lehne die Alison ab. Dann ist die weg. Hatte ich auch wieder derselben Typ mit den Kondomen in Köln, der dann rein rief, oder kommen ja noch hier noch andere. Ja, super. Aber wir sind ja alle total romantisch heute. Und Alison ist weg. Und irgendwann ist folgendes passiert. Der Tinder-Support hat von tausenden Menschen Nachrichten gekriegt, die gesagt haben, hey, hör mal. Könnt ihr meinen Account bitte wieder auf die Person vorher zurücksetzen? Ich habe aus Versehen die falsche Entscheidung drauf. Ich habe mein Handy seitdem nicht mehr benutzt. Bitte könnt ihr das machen. Diese Dame vorher, das ist die eine für mich. Aber meine Hand war zu schnell. Ja? Ah, das passt sogar doppelt. Meine Hand war zu schnell. Naja, und jetzt muss ich mich selber erst mal wieder reinkommen. Also, diese junge Dame. Und was ist dann passiert? Tinder hat irgendwann gesagt, können wir das nicht für uns nutzen? Können wir dieses Kundenfeedback, was wir kriegen, nicht nutzen, um unser Produkt besser zu machen? Und hat den sogenannten Rückholbutton integriert. Finde ich, klingt total romantisch. Stellt euch mal vor, irgendwann seid ihr so verheiratet. Dann kommt der kleine Junge und sagt so, Papa, wie hast du eigentlich die Mama kennengelernt? Ich habe damals bei Tinder auf den Rückholbutton gedrückt. Da ist die Mama zurückgekommen. Das wollte ich die Mama nicht, aber dann habe ich gedacht. Naja. Also, diesen Rückholbutton. Was passiert, wenn ich auf diesen Rückholbutton klicke? Ein kleines Fenster poppt auf. Und auf diesem kleinen Fenster steht, hey, du willst Alison zurückholen? Dann hol dir jetzt Tinder Premium für 19,95 Euro im Monat. Und du kannst Alison wiederhaben. Und jetzt mal die Frauen mal eben die Ohren zu halten. Dann bin ich ja als Mann so in so einem Gewissenskonflikt. Es ist vielleicht die Liebe meines Lebens, aber 19,95, da wird ja teuer genug nachher. Ja, also sorry. Und weitersuchen. Also, aber was lerne ich aus diesem Beispiel? Als Start-up, als Gründer. Die sind so erfolgreich, weil die sind an den Start gegangen mit einem Produkt, was nichts gekostet hat. Jeder von euch konnte dieses Produkt verwenden so oft, wie er will. Konnte so viele Frauen, Männer oder sonst irgendwas kennenlernen, wie er will. Ja? Oder wie sie will. Und das Tolle an diesem Beispiel ist, dann mit dem Kundenfeedback, was ich sozusagen bekomme, mein Produkt besser zu machen. Das heißt, meine Empfehlung, wenn ihr ein Produkt macht, bringt das auf den Markt und schaut euch an, welches Feedback ihr kriegt. Und ob ihr Teile von diesem Feedback monetarisieren könnt. Ja? Das nennt man auch das Bikini-Prinzip. Wenn jetzt, ich kann auch wieder nur aus Männersicht, sorry. Hier steht jetzt eine hübsche Frau im Bikini. Dann sehe ich ja schon sau viel. Aber eigentlich will ich ja, dass sie den Bikini auszieht. Aber für das Ausziehen des Bikinis muss man dann halt Geld bezahlen. Und das ist genau dieser Trick und genau dieser Gedanke, den ihr bei euch im Kopf aktivieren müsst. Also Tinder. Was ist das? Ah, ihr seid zu jung. Ich bin alt. Also Haaferschleim. Also, ne, Tinder, die Frau kennengelernt. Dann irgendwann beim 15. Date hat die Dame bei euch übernachtet. Dann liegt die Dame da, ihr weckt die Dame morgens ganz sanft, streicht ihr so ein Haar aus dem Gesicht. Sie lächelt euch an und sagt, boah, Felix, das war so eine wahnsinnige Nacht. Das war so ein toller Abend. Deswegen bin ich Single, weil das immer so toll ist. Und dann fragt ihr so ganz nett, hey, hast du Lust auf Frühstück? Und dann sagt sie, oh, das wäre so toll, so ein bisschen irgendwie healthy, low carb. Breakfast, das wäre so total toll. Ich mache das jetzt mal so im Kerim-Style. Und dann sagt, wenn ihr in so einer Wohnung wohnt wie ich, dann habt ihr nichts. Ich habe nichts zu Hause. Wie gesagt, ich habe Nutella, ich habe Marmelade, wo ich nie weiß, wie lange die haltbar ist und das war's. Und dann sagt ihr, hey, wie wäre es denn mit ein bisschen Haaferschleim zum Frühstück? Dann ist das Ding doch durch, oder? Das Ding ist doch durch. Da passiert doch nichts mehr. Also, Porridge. Das ist Porridge. Das ist doch kein Haaferschleim. Das ist Porridge. Das ist was komplett anderes. Haaferschleim, Haferflocken kosten 100 Gramm, ja, 79 Cent. Porridge kosten 100 Gramm, 6,99 Euro. Dann kommt ein paar Chiasamen obendrauf, ein paar Goji-Beeren obendrauf. Ja, dann mache ich noch ein schönes Foto, zum Beispiel aus Bali, da obendrauf. Und dann kann ich das halt für 12 Euro verkaufen. In Berlin läuft das. Das funktioniert in Berlin super. Alle so, oh, geil, Porridge. Ja, auch da, das ist genau das gleiche Produkt. Das heißt, bitte, daraus lernt ihr Folgendes. Nicht immer nach der einen Idee suchen, nach der einen einzigen Idee suchen, sondern sich Gedanken dazu machen, bestehende Modelle, bestehende Ideen anders zu vermarkten. Und das bringt mich viel, viel weiter. Ein anderes schönes Beispiel, ihr kennt das, wenn ich etwas aufschreibe, was nie mehr weggehen soll, dann brauche ich einen Edding. Also, wenn ich Edding bin und überlege, welches nächste Produkt ich auf den Markt bringe, dann kann ich mir einen psychologischen Effekt sozusagen zunutze machen. Den nimmt man den sogenannten Assimilationseffekt. Das heißt, wenn ich ein weiteres Produkt mache und die Leute mit mir verbinden, ich mache Produkte, die nicht mehr weggehen. Dann kann ich hingehen und kann sagen, ich mache einen Edding. Und zwar nicht nur einen Edding zum Schreiben, sondern das ist ein Acrylspray von Edding. Sieht genauso aus wie der Eddingstift. Jeder sagt, ach, sieht genauso aus, geht auch nicht mehr weg, kaufe ich das. Ganz wichtig für Gründer und Startups. Nächster Tipp. Euer erstes Produkt gibt eure Positionierung noch nicht vollends vor. Wenn ich hingehe und sage, ich verkaufe schwarze Herrenschuhe, kann ich mich bei meinem zweiten Produkt doch entscheiden. Verkaufe ich als nächstes jetzt braune Herrenschuhe, weil ich Herrenschuhe verkaufe? Verkaufe ich schwarze Damenschuhe, weil ich schwarze Schuhe verkaufe? Verkaufe ich schwarze Herrenhosen, weil ich schwarze Kleidung verkaufe? Das zweite Produkt gibt die Richtung vor und damit eure Positionierung. Ganz, ganz wichtig. Da machen sich die meisten Leute beim zweiten Produkt einfach viel zu wenige Gedanken. Wie gesagt, nennt man Assimilationseffekt. Ich habe letztens ein Foto gemacht mit diesem Typen, der links neben mir steht, der wollte unbedingt ein Bild haben. Keine Ahnung, Oliver Bierhoff, kennt den irgendeiner? Weiß ich nicht, aber das ist Assimilationseffekt, weil alle meine Leute Instagram, oh geil, super. Meisten Likes jemals auf dem Foto, aber doch nicht wegen mir. Wegen dem. Und das ist der Assimilationseffekt. Dann, ein anderes Beispiel, was wir bei der Höhle der Löwen hatten. Auch dazu eine kleine Geschichte. Ich habe zwei Sätze von Damen in meinem Leben relativ häufig gehört. Das mag an mir als Typ liegen. Erster Satz, ich habe so strohige Haare. Keine Ahnung, ich ziehe glaube ich Frauen an mit strohigen Haaren. Bei mir, in meinem Umfeld haben alle strohige Haare. Zweiter Satz, ich habe eine Laufmasche. Ich hatte folgende Situation mit meiner Schwester. Wir waren eingeladen bei meinem Chef damals. Ich war 25 Jahre alt und wir waren bei meinem Chef zum Essen eingeladen. Das war so Ritterschlag. Da ich keine Freundin hatte, habe ich gefragt, ob ich meine Schwester mitbringen kann. Rückwirkend so, nicht ganz so selbstbewusst, aber naja. Und ich war mit meiner Schwester auf dem Weg zum Auto. Und meine Schwester sagte auf einmal, oh scheiße. Und ich so, was ist passiert? Äh, ich habe eine Laufmasche. Ich so, okay, kein Problem, geh doch kurz nach oben, zieh dir eine andere Strumpfhose an. Und dann sagte meine Schwester so, äh, das geht nicht, ich habe so eine Strumpfhose nicht mehr. Ich so, ja, dann zieh doch eine andere an. Nein, das geht auch nicht. Ich so, okay, dann zieh doch einfach gar keine Strumpfhose an. Und dann sagte sie, nein, das geht auch nicht. Ich so, warum geht das nicht? Boah, ich habe mir nicht die Beine rasiert. Ich so, okay, komische Vorstellung, was meine Schwester mir gerade erzählt, will ich nicht wissen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, was machen wir denn jetzt? Ja, du musst absagen. Ich so, das ist doch jetzt ein Scherz, oder? Das meinst du doch jetzt nicht ehrlich. Was ist passiert? Wir haben irgendwann eine Strumpfhose gefunden. Irgendwie kam eine halbe Stunde zu spät, ging aber alles. Was hat dieses Startup gemacht aus Höhle der Löwen? Die sind hingegangen und haben gesagt, wir machen eine Strumpfhose. Wir kommunizieren aber den Produktvorteil, dass unsere Strumpfhose nicht kaputt geht. Das steht im absoluten Vordergrund. Wir machen Videos, wo jemand mit einer Drahtbürste versucht, die Strumpfhose kaputt zu machen. Weil das ist das Kernproblem unserer Zielgruppe. Ganz wichtig, Lean Startup, schnell an den Start gehen, alles geil. Aber ihr müsst wissen, was will denn die Zielgruppe? Nur weil ihr Veganer seid, heißt es nicht, dass jeder einen veganen Müsli-Riegel braucht auf der Welt. Und damit müsst ihr euch auseinandersetzen. Und das finde ich ist dafür ein sehr, sehr schönes Beispiel. Mein absolutes Lieblingsprodukt, ich habe es in klein mitgebracht, ist das hier. Ich glaube, ich habe über kein Produkt in meinem Leben mehr geredet als über Nutella. Ich weiß, es ist völlig ungesund. Es ist total Nutella. Es ist Wahnsinn. Ich habe ein kleines Gläschen für euch mitgebracht. Und ich will, dass ihr euch mal in eine Situation versetzt. Und zwar in die Situation, dass euer Nutella zu Hause leer ist. Das ist echt traurig auch. Und ihr geht zum Regal, zum Vorratsschrank in den Keller und holt ein neues Nutella-Glas. Und haltet genau dieses Nutella-Glas in der Hand. Und wenn ich dieses Nutella-Glas in der Hand halte, bei diesem Moment fange ich immer an zu zittern, weil ich so glücklich bin, dann gibt es ja oben diesen Plastikverschluss, den man dann so aufdreht. Und dann kommt irgendwann... Kennt ihr dieses Geräusch? Dieses ganz kleine, ganz komische Geräusch. Und dann, wie könnte es anders sein, gibt es eine goldene Folie. Was anderes würde auch zu Nutella nicht passen. Eine goldene Folie. Jeder Produktdesigner würde sagen, okay, warum zwei Verschlussmechanismen? Eine goldene Folie. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Unabhängig von diesem Start-up-Thema, über das ich jetzt rede, an dem ihr erkennen könnt, wer gut und wer böse in der Welt ist. Es gibt zwei Arten von Menschen. Man braucht ja ein Messer. Man nimmt das Messer und schneidet diese Folie ein, weil es gibt keine Einreißlasche. Es gibt keine Lasse. Oh, komisch. Ich brauche also das Messer und schneide das ein. Typ Nummer eins. Macht das, schneidet die Lasche ein, nimmt das Messer und legt es in die Spüle. Das sind die Bösen. Da ist irgendwas. Das sind auch die, die mögen keine Babys, keine Hundewelpen, keine Pizza, keine Schokolade, gar nichts. Mit den Leuten stimmt irgendwas nicht. Typ Nummer zwei. Logischerweise schneidet das auch auf und leckt das Messer ab. Aber man vergeudet doch nicht das Nutella. Wahnsinn. Aber was hat Nutella so richtig gemacht? Wenn ihr euch heute Instagram-Videos anguckt, redet jeder über Unboxing. Ah, geil, ich habe ein Paket gekriegt von H&M. Die haben mir was zugeschickt, total abgedreht. Ja, du hast ja auch vorher was bestellt. Raffe ich nicht. Rafft man mit 37, checkst du das nicht. Ja, also. Und die sind auch immer, ah, guck mal hier. Aber das, das ist Unboxing. Das ist Unboxing. Das Ding hier ist aus, das ist Glas und es hat eine goldene Folie. Dieser ganze Öffnungsmechanismus ist so gut durchdacht, dass das wie ein Ritual ist und bei so Bekloppten wie mir zu Gänsehaut führt. Also, da gehen wir einmal drüber. Ein anderes Beispiel, was ich habe, ist, finde ich immer ganz fürchterlich, in Düsseldorf gibt es ein Starbucks. Und direkt daneben gibt es ein geiles Kaffeehaus. Aber trotzdem stehen alle Leute bei Starbucks, weil irgendein cooler Typ schreibt dann meinen Namen auf den Becher. Total, immer falsch, immer falsch. Aber hey, boah, cool. Und dann kann ich fancy Instagram-Foto machen. Was hat Starbucks aber gut gemacht und was kann man davon lernen? Und zwar, normalerweise kriegst du doch einen kleinen Kaffee, einen mittleren Kaffee und einen großen Kaffee. Aber was haben die denn gemacht? Die haben gesagt, hey, wir machen einen großen Kaffee. Wir fangen mit einem großen Kaffee an. Das ist toll. Das ist der große Kaffee. Ja? Und ich frage mich immer, wer das trinkt. Dann bist du halt richtig drauf. Hier, ne? Dieses Teil. Also, wenn du da bist, ja, mal so einen doppelten Espresso-Shot noch zusätzlich da rein. Ja? Aber was kann ich daraus lernen? Die Produkteinheit. Die Einheit, die du selber festlegst für deine Produkte, bestimmst du selber. Du sagst selber, ich muss nicht mit klein anfangen. Ich kann auch einfach mit groß anfangen. Ach, Sie wollen einen kleinen Kaffee? Dann gehen Sie doch da vorne hin. Bei uns gibt es nur großen Kaffee. Das ist der Trick dahinter. Und da einfach mal drüber nachdenken und selber überlegen. Normalerweise finde ich immer Zitate ganz, ganz fürchterlich. Aber es gibt ein Zitat, was ich geil finde. Von Cäsar. Das ist jetzt hier auf Englisch. Der wird es wahrscheinlich nicht auf Englisch gesagt haben. Aber dieses Zitat. If you want to take the island, burn down the boats. Mal drüber nachdenken. Wenn ich eine Insel erobern will und da mit meinen Schiffen hinfahre, dann kann ich die nur dann erobern oder das neue Land erobern, wenn ich bereit bin, die Boote, mit denen ich gekommen bin, ein Stück weit zu verbrennen, um mich wirklich da durchzusetzen. Wenn ich mir immer die Möglichkeit biete, sechs Schritte zurückzugehen, werde ich niemals vorankommen. Und das heißt Risiko gehen. Wenn ich an meine eigene Gründung zurückdenke, ist das das, was ich meinem jüngeren Ich immer empfehlen würde. Wo ich sagen würde, ey Felix, du musst viel mehr Risiko gehen. Ich weiß noch, bei meinen ersten Vorträgen, wo dann die bekannten Speaker waren, habe ich immer gedacht, oh Gott, der ist da und der ist da und der ist da. Boah, die sind alle hundertmal besser als du. Und irgendwann hast du gemerkt, hey, du hast auch Ahnung, du kannst auch irgendwas, du bist auch gut in irgendwelchen Sachen. Aber man muss eben diese Bereitschaft haben, diese Schritte sozusagen zu gehen und da einzugehen. Was ich geil finde bei Startups, ist immer, wenn Startups kreativ sind und sich kreative Dinge überlegen. Ich habe eben davon gesprochen, jetzt kommt meine absolute Lieblingsfolie, ich habe eben davon gesprochen, dass ich nichts mehr beraten habe in meinem Leben als Friseursalons. Und Friseursalons haben häufig sehr, sehr geile Namen. Ich habe euch mal einen Screenshot mitgebracht, der geilsten Friseursalon-Namen, die ich so kennengelernt habe. Vier Haareszeiten, Habrakadabra, Sahara, auch geil Pony und Kleid. Ja, wo gehst du denn zum Friseur? Zu Harnaschi. Ja, herrlich. Ja, vorher, nachher. Wahnsinn. Also, es ist geil, wenn ihr kreativ seid und seid bitte kreativ. Aber es ist auch cool, manchmal sich Marketing- und Werbeunterstützung zu holen. Ja, und mal darüber nachzudenken, ob das wirklich so cool ist, was man sich da gerade ausgedacht hat. Ja, also wenn ihr einen Friseursalon aufmacht, habt ihr hier schon mal super Inspiration für potenzielle Namen. Hat einer von euch noch ein Nokia-Handy? Ich habe ja jetzt gelernt, man macht das immer so. Wer hat ein Nokia-Handy noch? Wer hat noch einer eins in der aktiven Benutzung? So wie ich? Einer, sehr cool. Ich habe noch, kennt ihr das? Nokia 3210. Ja, unzerstörbar. Was ist passiert? Hat jemals jemand ein Display beim Nokia gewechselt? Also ich nicht, bei meinem iPhone schon 500 Mal. Kerim, tut mir leid, der Kerim hatte gestern einen ganz schrecklichen Tag. Handy ist ihm gestern, als wir was getrunken haben, runtergefallen, Riss drin. Beim Ausparken des Autos hat er sich eine Beule in den Kotflügel gefahren. Ja, deswegen ist er heute auch so schlecht drauf. Naja. Aber das Nokia 3210, und das finde ich so geil daran, an diesem Beispiel. Marktstart 1999, das Handy ist, da waren manche von euch wahrscheinlich noch nicht geboren, ich war da gerade fertig mit meinem Studium. Also, Marktstart 1999, heißt, vor nicht mal 20 Jahren ist dieses Handy auf den Markt gekommen. Wenn wir heute darauf zurückblicken, denken wir so, krass, wie alt, wie lustig, dass wir damit mal rumgelaufen sind. Wenn ich euch jetzt erzähle, dass ihr in 20 Jahren Organe eingepflanzt bekommt, die gedruckt wurden. Dass ich euch erzähle, dass Häuser gedruckt werden, dass wir mit Flugtaxis durch die Gegend fliegen. Da werden manche von euch sagen, was ist das denn für ein Quatsch, das wird niemals passieren. Doch, das wird passieren. Uns ist es immer einfacher, auf die Vergangenheit zurückzublicken und zu sagen, war doch klar, dass sich das so entwickelt. Als selber manchmal den Mut zu haben und zu sagen, hey, da will ich hin. Vision, Quatsch denken, über Sachen nachdenken. Das fand ich gestern Abend bei dem Vortrag so cool mit diesem Wahltaxi. Dieses Wahltaxi, was mich so transportiert. Geil, also ich wäre auf jeden Fall beim Wahltaxi dabei. Für den Wahlen muss das auch cool sein, aber sonst wäre ich dabei. Apple-Kopfhörer. Ganz simples, bescheuertes Beispiel. Was haben die anders gemacht? Die haben die Kopfhörer einfach weiß gemacht. Und jeder hat gesagt, boah krass, das weiße Kopfhörer. Wie haben die das gemacht? Wie haben die die schwarze Farbe da rausgekriegt? Indem die keine schwarze Farbe reingetan haben. Ganz simples und ganz einfaches Beispiel. Wenn ich Online-Hotels buche, das passiert relativ häufig, Anreize schaffen. Habe ich mal hier einen Screenshot mitgebracht von Booking.com. Unsere letzten verfügbaren Zimmer. Super bewertet. 2.600 Leute haben gesagt, dass das ein geiles Hotelzimmer ist. Ey, was für ein Glück. Es ist auch noch reduziert heute. Nochmal unterstützen. Sehr gefragt. Das Hotel ist sehr gefragt. Tolles Schnäppchen heute. Steht zwar hier auch schon, aber egal. Steht da nochmal. Steht da nochmal. Das ist Conversion-Optimierung. Ja, nicht darüber nachzudenken. Ich hau da eine Info raus. Die selber Info anders verpackt nochmal. Mein absolutes Lieblingsbeispiel. Acht andere Personen wollen dir gerade das Hotel wegnehmen. Wenn ich bei Booking.com bin, buche ich immer irgendwas. Egal, ob ich was brauche. Sonst turniere ich. Ich buche, weil ich will denen das wegnehmen. Ja, ich kriege auch noch 10% Rabatt. Kriegt zwar jeder. Egal, ich kriege auch 10% Rabatt. Wahnsinn. Das heißt, Anreize zu schaffen. Solche Dinge groß und gut zu machen. Ich glaube, der Akku von dem Laptop ist leer. Weil eben hat er die Batterie geleuchtet. Mach du mal weiter. Ja. Geil. Danke. Mach du mal weiter. Also, ein anderes cooles Beispiel. Was wir hier gerade, wo wir einen Stand hier gerade haben. Ist wie Nami. Die Jungs stehen da hinten. Müsst ihr mal vorbeigehen. Die machen Wein. Auch erstmal nichts Neues. Die machen Wein. Aber Wein in Dosen. Ja, weil, wenn ich, kommt ja nicht oft vor, mit einer hübschen Frau am Rhein sitze und mit der Wein trinke, dann habe ich jedes Mal das Problem, eine Flasche mitzunehmen und so weiter. Die Flasche kann ich nicht kühlen in meinem kleinen Mini-Kühlding. Also gibt es Wein in Dosen. Jetzt wird vielleicht einer sagen, ich trinke Wein aus Dosen. Ich trinke das immer nur aus meinen Ritzenhoff-Kelchen. Ja, das mag sein. Aber ansonsten ist das doch geil. Und es ist eigentlich relativ simpel. Einfach nur die Verpackung sozusagen geändert. Ich habe hier eine Rosé-Schorle und eine Weinschorle. Wer möchte nachher einen leckeren Wein trinken? Ein Herr und eine Dame. Sehr gerne. So, also auch da im Prinzip hingegangen und das Produkt einfach ein Stück weit geändert und ein Stück weit angepasst. Ich nehme mir mal das hier weg. Ihr kriegt das schon hin. Also, ein anderes Beispiel, was ich sehr, sehr schön finde. Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass man früher Wunschzettel geschrieben hat? Wahnsinn, oder wie geil das war. Man ist nach oben gegangen, hat sich voll viel Zeit genommen, um seinen eigenen Wunschzettel zu schreiben. Und als ich zu Hause ausgezogen bin, war das so, ich bin relativ früh ausgezogen, mit 18. Da hat meine Mutter mir so eine Kiste gegeben, wo alle Sachen von mir als Kind drin waren. Wo ich so in Ton so einen Handabdruck gemacht habe. Fotos von mir, alte Liebesbriefe, irgendwas Gebasteltes. Wahnsinn. Und was habe ich in dieser Kiste vor einiger Zeit gefunden? Einen Wunschzettel von Felix. Einen, wirklich einen Wunschzettel von Felix. Und dieser Wunschzettel, den ich hier gefunden habe, den würde ich euch ganz gerne einmal vorlesen. Weil der Wunschzettel zeigt eine Sache, wie Vertrieb funktioniert. Wie Vertrieb funktioniert. Also, Thema Nummer 1. Liebe Mama, lieber Papa, lieber Opa, liebe Oma, lieber Onkel, liebe Tante. Viele Leute mit reinziehen in die Kiste, Verantwortung erzeugen, Team aufbauen, größer denken, Kooperationen suchen. Dieses Jahr habe ich nur einen Wunsch. Ein Fahrrad. Ja, ich war so bescheiden. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich denken, ein Fahrrad kostet viel zu viel, aber halt. Was ist das für ein Junge? Also, wie alt war ich da, dass man so schreibt? Das ist so, klingt so seltsam. Ihr könnt ja auch das Fahrrad, Lösungsvorschlag, mir zum Geburtstag und zu Weihnachten zusammenschenken. Über andere Geschenke freue ich mich natürlich auch, aber ein Fahrrad wäre mir schon am liebsten, weil, naja, mein Fahrrad total scheiße ist. Es ist wirklich, es ist kein Quatsch, das ist der Wunschzettel. Also nicht, dass jemand denkt, oh, da hat er irgendeinen kleinen Jungen da so ein Ding aufschreiben lassen. Nein. Ganz wichtig, jetzt kommen zwei elementare Sachen. Sache Nummer eins. Manche von euch werden wahrscheinlich mit Gegensätzen kommen wie, von Felix bekommen wir auch nicht viel, darum bekommt er auch kein Fahrrad. Einwandbehandlung nennt man das im Vertrieb. Aber ich bin nun mal ein Kind. Ich verdiene kein Geld. Totschlagargument. Also, ein ganz, ganz klassisches und einfaches Beispiel, um euch mal zu zeigen. Wenn ihr einen Traum habt, dann arbeitet dafür, dann glaubt daran und tut alles dafür. So, jetzt muss ich zwei, drei Folien überschlagen, ich werde zwei, drei Minuten überziehen, das sind die jetzt aber schon. Also, ein anderes Beispiel, was ich hatte, ist, Thema auch nochmal Vertrieb, ganz wichtig. Ich war mit meinen Mitarbeitern bei einer Weihnachtsfeier, war super, war cool, war lustig. Es ist aber was anderes, wenn du selber der Chef bist, weil du musst ja bezahlen. Und heute ist es so, früher haben die Leute halt Wein und Bier getrunken, heute trinkt ja jeder nur noch Gin Tonic. Tanqueray, Bombay und keine Ahnung, was es da alles gibt. Also meine Programmierer alle so, äh, kriegst du noch ein Gin Tonic? Immer Gin Tonic zehn Euro, Bier hat ja mal zwei Euro gekostet. Irgendwann war das Ding zu Ende und ich dachte schon, boah Gott sei Dank, ist hier diese blöde Weihnachtsfeier gleich vorbei und wir können ja nicht nach Hause. So, naja, dann kam der Auftritt des besten Vertrieblers, den ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe. Will ich euch ganz kurz erzählen. Was hat der gemacht? Der kam an den Tisch und sagte so, und hat's geschmeckt? Ich so, ja, ja, klar, hat super geschmeckt, können Sie die Rechnung fertig machen? Und der so, ich hab da noch eine Überraschung. Ich liebe das, wenn jemand mit mir so langsam redet, da komm ich, äh, reden Sie schneller. Also, sehen Sie dort drüben in der Küche meine Frau stehen? Ich so, ja, dachte so, was kommt jetzt? Meine Frau ist heute extra für Sie zum Markt gefahren und hat frische Haselnüsse gekauft. Dann war sie noch in der Metro und hat frische Kuvertüre für Sie besorgt. Dann hat meine Frau heute fünf Stunden extra für Sie in der Küche gestanden, um Ihnen einen original afghanischen Schokoladenkuchen zu backen. Wem von Ihnen, sehen Sie noch, meine Frau, wem von Ihnen darf ich denn so ein Schokoladenkuchenstück anbieten? Alle meine Mitarbeiter so? Der eine dann noch so, und nun die Tonic? Ja, Wahnsinn. Naja, acht Euro fünfzig. Acht Euro fucking fünfzig. Ey, ich hasse Düsseldorf. Für so ein blödes Stück Kuchen. Und alle so, ey, ich kriege noch ein zweites Stück. So, und er so, schön. Aber der Typ hat ein eigenes Restaurant, es ist nämlich seins. Und er brennt für seine Idee. Und er wusste, obwohl jeder sagen würde, da kann ich nichts mehr verkaufen, kann ich da noch verkaufen? Und genau das hat er gemacht und getan und war damit super erfolgreich. Okay, die zwei Abschlussfolien. Einmal, ich bin nicht so der Typ, der jetzt hier irgendwie, geil, ich pitche jetzt hier noch 60 Produkte, schickt jetzt eine SMS an und ladet euch runter. Bei mir ist leider alles umsonst. Müssen wir irgendwann mal ändern. Müssen wir irgendwas mal verkaufen. Ja. Es gibt eine Seite, die heißt felixdonison.de slash team. Da kriegt ihr Videos von mir, ihr kriegt E-Books, ihr kriegt Businessplanvorlagen, ihr könnt mir kostenlos irgendwelche Fragen stellen und es kostet nichts. Da gibt es auch nichts, jetzt geh auf so, aber bitte auch noch. Nein, könnt ihr alles haben. Ja, finde ich geil, weil ursprünglich haben wir das irgendwann mal gemacht. Dann haben wir gedacht, okay, es ist viel geiler, das einfach alles umsonst rauszuhauen. Deswegen kriegt ihr einfach alles da umsonst. Okay. Geil, ne? Okay, zu dem, also den Wunschzettel hatten wir jetzt schon und zu dem letzten Beispiel. Ich habe ein Foto mitgebracht eines jungen Mannes. Als der junge Mann auf die Welt gekommen ist, hatte der junge Mann, da konnte man das eine Auge gar nicht sehen. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, mein Vater hat mich das erste Mal so gesehen, dachte auch, oh, ein Zyklop, hat nur ein Auge. Ja. Auch geil, bestimmt eine schöne Situation gewesen. Und das ist nach der ersten Schiele-OP. Und ich glaube, ihr seht hier nach dieser ersten Schiele-OP, dass man, dass ich eigentlich nicht mehr schiele. Das ist eigentlich, das Schielen ist ja schon weg, ne? Sieht man, glaube ich, nicht mehr. Und es hat dann noch zwei weitere OPs gedauert, bis ich meine Augen so einigermaßen in den Griff kriegte. Und das ist ätzend gewesen. Mit Mitte 20, womit, wie flirtest du mit Frauen? Indem du die Frauen anguckst. Wenn da jetzt zwei Mädels sitzen und ich gucke die an, dann denken beide, ach, der guckt gerade zu mir. Meine Jungs fanden das immer super. Du könntest zwei gleichzeitig flirten. Ne? Thema Fokus. Schwierig. Und es hat drei Operationen gedauert, bis ich meine Augen wieder einigermaßen in den Griff gekriegt habe. Und ich habe mich gefreut, als es dann wieder einigermaßen... Aber was war das? Für mich war das so ein Punkt, ich habe immer selber gedacht, hey, wie willst du denn erfolgreich selbstständig sein? Wie willst du denn Vertrieb machen, wo du Leuten in die Augen gucken musst, wenn die das Gefühl haben immer, wo guckt der gerade hin? Aber es war eine Eigenschaft, die ich selber nicht mehr ändern konnte. Wo ich nachher gedacht habe, wie soll ich Vorträge halten mit dieser Eigenschaft, wenn es nicht mehr anders geht? Und irgendwann habe ich mir selber gesagt, hey, ich muss das entweder für mich akzeptieren oder ich muss hundert Jahre lang darüber nachdenken, ja, ich konnte ja nicht erfolgreich sein, weil ich habe ja so stark geschielt. Und jeder von euch wird Eigenschaften haben, wo er anderen unterlegen ist. Aber es geht einfach darum, diese Eigenschaften ein Stück weit anzunehmen. Keiner ist fucking perfekt von uns. Keiner. Ich habe immer das Gefühl, alle Leute haben Waschbrettbauch. Ich habe keinen Waschbrettbauch. Ich liebe Nutella. Das geht nicht. Sorry, habe ich nicht. Dann sehe ich alle anderen Leute, boah, mega krass erfolgreich und guck mal hier, sechs Bentleys. Ja, geleast. Und keiner ist auf dich. Also bitte, 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 lasst euch, habt Vorbilder, lasst euch aber nicht verblenden. Und wenn ihr selber Nachteile habt oder Dinge habt, wo ihr euch selber für verurteilt, dann akzeptiert die ein Stück weit. Und jetzt habe ich mir überlegt, ein kleines Geschenk für euch mitgebracht. Und zwar, ich habe ein persönliches Markenzeichen und das sind die Dinger hier. Ich habe als kleiner Junge immer schon Hosenträger angezogen. Und ich habe mir, wie viele Leute haben wir hier im Raum? So ganz grob. Wie viele passen in eine Reihe? Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn. So, vierzehn Leute. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Reihen. Wir müssten so ungefähr 150 Leute hier haben. Ich habe für euch, kein Quatsch, kein Scheiß, kein E-Book, kein Hörbuch. Ich habe 140 Hosenträger mitgebracht. Und die Hosenträger sollen euch bitte immer an eine Sache erinnern, an eine Sache. Es ist manchmal ganz einfach, etwas zu haben, was einen selber auszeichnet. Jeder von euch ist unfassbar besonders und jeder von euch kann sich was richtig Geiles aufbauen. Und deswegen will ich, dass jeder von euch so einen Hosenträger bekommt und der soll euch immer daran erinnern. Also, haben wir einen starken Mann, der mir hilft, hier die zwei Kartons mal ein bisschen einfach zu verteilen. Perfekt. So, du kriegst einen. Haben wir von hinten noch einen starken Mann, der den anderen riesigen Karton nimmt? Also, ich wünsche euch noch super viel Spaß hier auf dieser Stage. Wir haben mega geile Speaker. Der Robert sagt gleich noch was. Die Lenke sagt gleich noch was. Ich habe den Stefan schon gesehen. Also, es lohnt sich absolut hier zu bleiben. Und ich habe mich saugefreut, dass ihr hier wart. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.